Hey und hallo zusammen! Schön, dass du zu einem weiteren Luminar Neo Tutorial einschaltest. Mein Name ist Björn und ich habe in den vergangenen Tagen die Möglichkeit gehabt, die Beta vom neuen Mega-Feature Gen Erase auszuprobieren. Ich möchte dir in diesem Video vorstellen und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Bevor wir jetzt starten, das Ganze ist natürlich noch eine Beta-Version. Das Gen Erase-Tool ist noch nicht fertiggestellt. So haben wir zum Beispiel die Funktionen Undo, Redo derzeit nicht zur Verfügung. Also es ist vor und zurück, sowohl unter Windows als auch unter der Mac-Version. Außerdem haben wir eine sehr hohe Auslastung vom Speicher, wenn wir durch den Katalog surfen. Das ist aktuell wohl nur bei der Mac-Version so. Und es ist auch eine riesige RAM-Ausnutzung nach dem Export von den Bildern aus Gen Erase der Fall. Auch das ist aktuell wohl nur bei der Mac-Version. Ansonsten, wie gesagt, das Ganze ist eine Beta, die ich euch jetzt hier zeige. Dieses Tool wird wieder für die Abonnenten 23, 24 und des Creative Journey Passes wird dieses Tool wieder frei sein. Alle anderen werden in die Tasche greifen müssen und werden dafür Geld hinlegen müssen. Dann gibt es noch einen Luminar Neo Sale und zwar einen Halloween Sale mit dem Code NIO31OFF. Könnt ihr in der Zeit vom 28. Oktober bis 2. November 31% auf Luminar Neo sparen. Ich werde euch das Ganze sicherlich auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr das Ganze nachlesen und auch in den kommenden Videos nochmal mit drauf hinweisen. Ob mein Rabattcode BEYON zusätzlich noch funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Vielleicht seid ihr ja am Überlegen, euch Luminar Neo zuzulegen. Okay, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in das Tool rein. Ich habe hier Bilder vorbereitet. Starten wir mit diesem. Wir haben hier einen Tunnel, das ist in Bremerhaven. Und jetzt ist das Bild gerade noch nicht scharf. Müssen wir einen Moment warten. Jetzt ist es scharf. Ich finde diesen Tunnel sehr, sehr spannend. Was mich allerdings stört, ist hier diese Absperrung und die möchte ich rausnehmen. Das könnte man vielleicht hier vorne noch mit dem Radierenwerkzeug tun, aber das wird natürlich eine Fummelarbeit und das möchte ich mir natürlich einfacher machen. Und da geht natürlich dieses Gen Erase Tool. Jetzt muss man natürlich wissen, was bedeutet Gen Erase. Das ist generatives Löschen übersetzt. Mit generativen Löschen soll man unerwünschte Objekte aus dem Bild rausbekommen und gleichzeitig entsprechend das, was man rauslöscht, die Umgebungsbilder oder die Umgebungspixel sollen dafür eingesetzt werden. Also das soll am Ende aussehen, als hätte da niemals ein Objekt gestanden oder wäre niemals ein Objekt gewesen, was wir rausgearbeitet haben. Das war früher mit dem Radierenwerkzeug und Klonen und Stempeln auch möglich. Das dauert natürlich deutlich länger und dieses generative Löschen, das soll das Ganze beschleunigen. Jetzt muss man natürlich sagen, er muss das Bild analysieren. Das passiert im Hintergrund. Er muss entsprechende Dinge finden, um dann natürlich auch hier das Ganze einzufügen. Also das ist nichts, was per Mausklick innerhalb von drei Sekunden passiert, aber das werden wir gleich auch sehen. Ich würde sagen, hier ist das Gen Erase Tool. Wir gehen da einmal drauf. Jetzt fängt er an und bearbeitet das. Ihr seht, er hat es jetzt in den Ursprungszustand zurückgesetzt. Jetzt geht er wieder auf das Bild, so wie ich es schon bearbeitet habe. Also das war vorher ein 3 zu 2. Jetzt ist es ein 16 zu 9. Damit lässt sich es für mich einfacher dann arbeiten, wenn ich später ein Thumbnail daraus erstellen möchte. Aber wir haben hier diese Absperrung, die ich rausnehmen möchte. Jetzt können wir natürlich hergehen und können sagen, okay, wir machen den Pinsel etwas größer. Wir sehen hier, das ist die Undo und Redo Funktion. Sie ist zwar hier anklickbar, aber es passiert nichts. Das ist genauso wie hier vorne, hier steht radieren im englischen Erase. Das ist einfach nur, damit wir sehen, in welchem Tool wir sind. Auch die Information, da kann ich klicken, wie ich will, passiert nichts. Vorher, nachher haben wir jetzt noch nicht. Ich kann natürlich ins Bild rein und raus zoomen. Und ich habe die Möglichkeit auszuwählen und abzuwählen. Und hier kann ich die Pinselgröße bestimmen. Ich kann auch hergehen und kann sagen, okay, ich möchte die gesamte Auswahl resetten. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, wir haben ja noch gar nichts gemacht. Also, gehen wir mal hier rüber und sagen, er soll uns das hier alles mal rausnehmen. Machen wir das mal so. Gucken einfach mal, was er jetzt hier macht. Ich bin jetzt einfach mal so frei und wir gucken mal, wenn ich nicht vergrößere, was passiert. Ich sage jetzt hier radieren. Ich könnte jetzt natürlich noch sagen, okay, Reset Selection oder abwählen. Und das habe ich jetzt mal ausgewählt, um dir einfach zu zeigen, was ich meine. Wir nehmen mal hier und gehen hier drauf und wählen das einfach mal ab. Also, wir haben hier quasi die Möglichkeit, das Ganze wieder zurückzunehmen. Jetzt gehen wir hier an den Bildschirm anpassen. Gehen nochmal auf Auswählen und sagen jetzt einfach mal radieren. Jetzt fängt er an und versucht, das Bild zu analysieren. Sucht entsprechende Dinge. Das kann jetzt tatsächlich einen Moment dauern. Ich bleibe jetzt einfach mal drauf. Ich werde das jetzt nicht vorspulen oder einfach überspringen, einfach mal, um euch zu zeigen, wie schnell oder langsam das Tool arbeitet. Und ihr seht schon, da ich gerade nach Wörtern suche, um die Zeit zu überbrücken, es dauert halt schon einen Moment. Er muss hier in dem Falle entsprechende Pixel suchen, Dinge zusammenbauen, um das Ganze dann auch gut aussehen zu lassen. Ich habe es im Vorfeld schon mal ausprobiert. Es sieht wirklich gut aus. Jetzt ist er fertig und schaut euch das mal an. Das sieht doch wirklich Hammer aus. Wir gehen mal in die 100% Vergrößerung. Einfach nur mal, um zu gucken, wie sieht denn das Ganze hier hinten aus. Hammer. Einfach Hammer. Hier gehen wir hier drauf. Wir sehen, was hier passiert. Da zeigt er uns die Maske an. Und ich muss sagen, das sieht super aus. Absolut fantastisch. Das Tool macht einen Mega-Job. Na, dafür meine Finger nicht. Ja, guckt es euch an. Ich finde vorher, nachher heftig. Jetzt haben wir hier noch so einen Schatten drin. Gehen wir drauf. Auch hier fängt er wieder an. Mal gucken, ob er jetzt schneller ist oder ob er genauso lange braucht. Ich lasse es auch nochmal mitlaufen. Eigentlich sollte das jetzt etwas schneller gehen. Gefühlt für mich, so vom Verstand her, vom Denken. Aber auch hier ist er wieder recht flott unterwegs. Braucht einen Moment, um das Ganze, recht flott, nicht wirklich flott unterwegs, er analysiert, er berechnet. Aber ich habe es lieber, er macht es vernünftig. Und das sieht dann hinterher gut aus, als wie, dass ich da irgendwo Murks bekomme. So, jetzt ist er fertig. Super. Absolute Spitze. Finde ich richtig, richtig gut das Tool. Es macht einen klasse Job. Ja, wenn wir dann also fertig sind, ich zeige euch das jetzt mal an dem Beispiel. Ich habe noch ein zweites Beispiel vorbereitet. Da sieht es vielleicht ein bisschen schwieriger aus. Da müssen wir vielleicht über ein paar Umwege das Ganze anpassen. Dann haben wir hier oben die Möglichkeit zu sagen, speichern. Und jetzt speichert er uns das Ganze ab. Er erstellt hier einen neuen Ordner, so wie das auch schon bei den Panorama-Stitching und bei dem Focus-Stacking gewesen ist. Generative Creations. Das ist jetzt noch ins Englisch übersetzt. Hier generative Kreationen. Und so können wir das Bild jetzt raus exportieren. Ich kann das Ganze einmal nach hier unten ziehen. Und das kann ich natürlich nicht nach hier unten ziehen, sondern ich muss jetzt hierher gehen und sage, er soll das mal hier reinziehen. Jetzt hat er da die drei Bilder drin. Und jetzt holen wir uns das Bild auch noch dazu. Und das gucken wir uns gleich an, weil hier ist schon das zweite Beispiel einmal mit drin. Das ist das hier. Und wenn ich mir das jetzt mal in groß anschaue, hier möchte ich natürlich diesen Bierpilz raus haben. Ich hätte auch gerne Umgehungsstraße hier raus. Ich hätte diese Schilder raus. Ich hätte auch gerne die ganzen Menschen, die hier drauf sind, raus. Das mag vielleicht mit dem Radieren-Werkzeug alles funktionieren und klonen und stempeln sicherlich. Aber das Gen Erase Tool wird das sicherlich deutlich schneller machen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Vor allen Dingen ist jetzt hier interessant, wir haben hier im Vordergrund natürlich deutliches Rauschen drin. Wie sieht das aus? Was generiert er hier? Hier sieht man das dann im Bild, ob da vielleicht hellere Stellen zwischen sind oder ob da irgendwelche harten Kanten sind. Wir werden uns das Ganze jetzt mal anschauen. Gen Erase, er fängt an und bearbeitet das. Er hat das Bild im Hintergrund wieder zurückgesetzt. So gut, also ich kann hier im Bild ein bisschen hin und her fahren und die Teile gehen hinter mir her. Okay, Spielerei. Ja, also wir sind jetzt hier im Originalbild. Das wird immer zurückgesetzt. Er analysiert das Ganze. Und hier braucht er deutlich länger. Ob das jetzt an meiner Spielerei gerade gelegen hat oder nicht, kann ich euch gar nicht genau sagen. Jetzt ist er fertig und das Tool macht sich mir hier auf. Fangen wir doch mal mit diesem Schild an. Auch hier ist wieder Auswählen aktiviert. Wir haben hier eine Pinselgröße von 20. Das ist standardmäßig eingestellt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bild rein, scrollen mit der Maus etwas rein und fangen an, hier über dieses Schild drüber wegzugehen. Ich würde sagen, wir nehmen hier oben die Person einfach gleich mal mit, malen das alles aus und gucken mal, was er uns jetzt hier anbietet, wenn ich sage, radieren. Jetzt arbeitet er wieder. Das wird jetzt wieder dauern. Auch hier bleibe ich einfach mal mit drauf, um zu zeigen, wie das Tool stand heute in der Beta. Was ist für eine Geschwindigkeit mit sich bringt, wie schnell ist das Ganze analysiert und wie schnell er hier dann auch entsprechend etwas findet, was man hier mit einbauen kann oder was er hier einbauen will. Ob das gut aussieht, werden wir gleich sehen. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe das Ganze ja schon einmal getestet. Ich weiß also, was passiert. Oder ich hoffe zumindest, dass es genau so ist. Und wenn man jetzt mal genau hinschaut, würde ich sagen, kann man hier, ich muss aus dem Bild rausgehen, ich kann es euch leider nicht zeigen. Da, wo die Maske zu sehen ist, hat er jetzt vielleicht ein paar hellere Stellen hingezaubert. Das sieht immer noch okay aus, lässt sich vielleicht im Nachgang auch nochmal anpassen und ändern. Ich würde sagen, wir resetten diese ganze Auswahl mal. Macht er das? Oder ist das auch aktuell? Ne, das funktioniert nicht. Dann machen wir das anders. Wir brechen das einfach mal ab. Wir sind jetzt hier wieder im Tool. So, ich wechsle einmal ins Bearbeiten. Ich habe mir da was überlegt, wo ich der Meinung bin, das könnte funktionieren. Sehen wir jetzt hier nicht. Es sind hier Anpassungen von der Bearbeitung durchgeführt worden. Ich gehe jetzt hier einmal in das Entwickeln Tool. Und ich möchte das Bild einfach mal aufhellen. Ich ziehe die Schwarztöne hoch. Und ich fahre die Belichtung hoch. Ich würde sagen, wir können hier ruhig mal ein bisschen heller werden. Gehen wir mal so auf drei Blendenstufen. Jetzt mache ich eins. Ich ziehe mir mal einen linearen Verlauf, damit der obere Teil des Bildes uns nicht so extrem hier reinballert. Gehe wieder auf Anpassen. Jetzt haben wir das hier relativ hell. Jetzt wechsle ich zurück in das Gen Erase Tool. Gehe hier drauf. Er fängt wieder an, das Ganze zu analysieren. Ihr seht, das Bild ist wieder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zurückgesetzt auf das Original. Jetzt wird es wieder einen Moment dauern, bis das alles analysiert ist. Ob das in der finalen Version dann auch so ist oder ob Skylim hier noch im Hintergrund arbeitet, dass es dann von der Farb- oder von der Helligkeitsanpassung her identisch ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Vielleicht ist es auch einfach jetzt das Bild, was mir hier so ein bisschen in die Suppe spuckt. Kann natürlich sein. Also, wir haben jetzt wieder hier unsere Auswahl. Der Vorteil, wir haben hier so viele wunderschöne Möglichkeiten, mit diesem Tool zu arbeiten oder auch mit den anderen Tools das Ganze später wieder zurückzusetzen. Ihr seht, der Vordergrund ist jetzt verdammt hell. Dann muss ich mir natürlich später, wenn das Bild dann exportiert ist, dann ist es eine TIF-Datei. Dann muss ich wieder hergehen und muss den Vordergrund wieder dunkler bekommen, ohne dass ich den Hintergrund wieder anpasse. Also auch hier muss ich dann wieder mit einer Verlaufsmaske arbeiten oder mit einem Pinsel oder wie auch immer. Ich muss den Vordergrund natürlich wieder dunkel kriegen. Gucken wir uns aber auch gleich an, wie ich das mache. Wie gesagt, immer in der Hoffnung, dass dieses Tool, wenn es denn dann veröffentlicht wird, auch wirklich einen guten Job macht. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, fällt das nicht mehr auf oder ist das weg? Also könnte sein, dass es daran liegt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, jetzt würde ich sagen, gehen wir hier her. Wir machen das jetzt mal grob und sehr forsch, wir nehmen das hier alles mal raus. Das hier und auch hier dieses Schild möchte ich weg haben. Wir gucken einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt hier ordentlich drüber weggehe. Das hier heben wir uns für den letzten Schritt auf. Wir sagen radieren und jetzt wird es auch wieder dauern, bis das alles soweit durch ist. Gucken wir mal, wie lange ich jetzt hier brauche, um das anzupassen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es bei schwächeren Rechnern eventuell auch einen Moment länger dauern könnte. Aufgrund dessen, dass da vielleicht einfach dann ein neuer Rechner ein bisschen mehr Power besitzt, kann es natürlich sein, dass das jetzt hier etwas schneller geht. Vielleicht hängt sich der Rechner dann auch irgendwann auf. Ich kenne das Spielchen ja von meinem alten Rechner, da war das ja dann zum Schluss auch so. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir gucken mal vorher, nachher. Aber ich muss sagen, er macht doch hier wirklich einen guten Job. Also da kann man echt nichts sagen. So, jetzt kommt der Bierpilz hier vorne. Den möchte ich natürlich auch raus haben. Ich bin vorsichtig, ich möchte nicht auf den, unter das Bild kommen, also raus malen. Denn da hatte ich in meinem Probedurchgang, hatte ich auf einmal im unteren Bereich einen grauen Balken. Weiß nicht, woran das gelegen hat. Jetzt möchte ich mal gucken, wenn ich nicht aus dem Bild rausgehe, ob er mir das dann immer noch mit so einem grauen Balken versieht. So, wir haben den Bierpilz ausgewählt. Wir sagen radieren. Gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Lassen das einfach mal in Echtzeit mitlaufen. Ich kann euch ja schon mal ein paar Fragen stellen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr dieses Tool? Sagt ihr, wenn ihr das Abo habt oder den Creative Journey Pass, ist es cool, kann man ausprobieren. Hast du das Ganze nicht, würdest du tatsächlich sagen, ich möchte mir dieses Tool kaufen? Das kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Ich weiß ja, dass die Kritik daran an der Preispolitik von Skylam relativ groß ist. Aufgrund dessen, dass ihr ja sagt, es ist einmal bezahlt worden und jetzt sieht das Ganze so aus, dass man für jedes Tool extra bezahlen muss. Kann ich auch vollkommen verstehen. Ich bin da ganz bei euch. Mir gefällt die aktuelle Preispolitik von Skylam auch nicht wirklich. Aber leider arbeite ich nicht bei denen und habe da auch keinen Einfluss drauf. Aber kommen wir mal zu unserem Bild und ich muss sagen, das sieht wirklich gut aus. Hier könnte man eventuell sagen, dass man vielleicht die Maske noch sieht. Aber ich glaube, das wird später gar nicht mehr auffallen, wenn wir das jetzt einmal raus exportieren und dann den Vordergrund abdunkeln. So, da ist das Ganze. Wir sehen hier die Vorschau. Hier sehen wir das Original. Nein, hier sehen wir das, was ich schon mal daraus gemacht habe. So, gehen mal in Bearbeiten und hier zeigt er mir dann natürlich wieder an, was ich mit dem Bild gemacht habe. Jetzt muss ich natürlich wieder hier ins Entwickeln-Tool gehen, muss mir eine Maske draufziehen. Ich hätte sie vielleicht vorhin einfach kopieren sollen, dann hätte das wahrscheinlich einen besseren Effekt gehabt. Aber wir machen das einfach mal so und sagen, so sieht das gut aus. Gehen jetzt ins Entwickeln und ziehen jetzt hier einfach mal die Belichtung runter auf so einen Wert von drei Blendenstufen. Das haben wir eben auch gemacht. Und haben die Schwarztöne abgedunkelt. Wobei wir da vielleicht ein bisschen vorsichtig mit umgehen sollten, weil wir sehen, dass wir hier Rauschen im Vordergrund haben. Machen wir es ganz schwarz, sieht es auch nicht mehr schön aus. Also ich würde sagen, lassen wir das Ganze einfach mal so stehen. Das ist abgedunkelt. Jetzt haben wir natürlich hier oben auch noch so ein paar Schattierungen drin. Kriegen wir raus, ist überhaupt kein Problem. Wir hauen einfach die Struktur runter. Dann sieht das Ganze so aus. Nicht schön, aber selten. Gehen auf Maskieren. Sagen Maskieren AI. Und jetzt müsste er uns hier eigentlich den Himmel gleich einmal anzeigen. Und dann wählen wir diesen Himmel aus. Das sieht gut aus. Gehen auf Anpassen. Und ihr seht, das sieht deutlich besser aus. Wenn uns der Himmel von der Farbe her nicht gefällt, können wir nochmal nachträglich daran arbeiten. Aber das ist nicht das, was wir uns jetzt hier eigentlich anschauen wollten. Denn wir haben jetzt hier auch dieses Bild noch drin. Gen Erase vorher nachher. Und zwar haben wir hier einmal dieses Bild, wo ich jetzt hergehe und sage, ich möchte das raus haben. Gehe wieder zurück. Und jetzt sollte das gleich dunkel sein. Jetzt ist es dunkel. Nehmen wir das Bild mal aus diesem Album raus. Dann haben wir jetzt die beiden Bilder, die wir hier eben im Original hatten. Und eben auch hier uns anschauen können. Also, das war das erste Bild, was wir bearbeitet haben. Und dann haben wir das daraus gemacht. Finde ich. Sieht verdammt gut aus. Jetzt können wir mit der Tastatur auch arbeiten. Vorher. Das brauchen wir einen Moment, bis es dann scharf dargestellt wird. Und nachher. Und das zweite Bild. Vorher. Und nachher. Auch hier müssen wir einen Moment warten. Bis es dann scharf dargestellt wird. Jetzt. Hat einen Moment gedauert. Vorher. Nachher. Jetzt könnte man noch hergehen und könnte sagen, okay, die Boote da im Vordergrund, die müssten wir vielleicht auch nochmal abdunkeln. Aber, ihr seht, das würde dann vielleicht passieren, wenn ich die Maske vorhin kopiert hätte, dann hätten wir genau eins zu eins das, was wir kopiert haben und hätten das dann abdunkeln können. Ist aber jetzt nur meine Idee gewesen, damit ich nicht die Kanten von dem, was das Tool jetzt weggemacht hat, im Bild sehe. Ich zeige euch nochmal, das ist das Original. Nein, das ist das, was wir gemacht haben aus dem Bild. Ich muss sagen, das sieht wirklich gut aus. Man erkennt es nicht, dass hier Leute im Bild gesessen haben, dass hier Schilder sind. Ja, wir haben Rauschen drin. Aber, ich muss sagen, das kriegt man sicherlich weg, indem man vielleicht das Ganze noch weiter abdunkelt oder entsprechend beschneidet. Aber das Tool an sich macht einen richtig, richtig guten Job. Also, da kann man wirklich nicht sagen, da hätte es geile Mist gebaut. Das sieht wirklich gut aus. Wenn man mal guckt. Ja, wir sehen jetzt hier in der Vorschau natürlich das nicht bearbeitete Bild. Aber hier nochmal. Einwandfrei. Das ist ein super Ergebnis. Und ganz ehrlich, das hier, da haben wir natürlich schon ein bisschen versucht, das Tool an seine Grenzen zu bringen. Dunkle Bereiche und dann entsprechend die Pixel zu packen und zu finden. Also, ich muss sagen, ich bin von dieser Beta sehr, sehr beeindruckt. Ich glaube, man kann es hören. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und es wird mit Sicherheit ganz, ganz oft in meine Bildbearbeitung mit einfließen. Also, ja, ich freue mich auf dieses Tool. Ich bin am Ende von dieser Beta angekommen. Schreib mir in die Kommentare, was du davon hältst, wie du dieses Tool findest. Ob du es dir kaufst, wenn du nicht das Abo oder den Creative Journey Pass hast. Für all diejenigen, die diese beiden Möglichkeiten haben, das Abo oder den Creative Journey Pass, könnt ihr mir mal reinschreiben, ob ihr das Tool genauso geil findet wie ich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du schaust bei meinem nächsten Video auch wieder rein. Und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen guten Morgen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Björn. Ciao.